Und ich hätte da auch noch eine Idee für einen Adventskalender, schön, wenn man einfach so macht, da schauen Sie mal her, da, was, an jedem Tag ein Blatt, gut, kann knapp werden, aber, aber trotzdem, das ist, ich finde das dann schon auch schön, wenn man sagen kann, nur noch 24 Mal scheißen, dann ist Weihnachten, ich meine.